Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends und ihr seht es geht in Murphys Katakomben. Also eine recht einfache Runde hier auf dem Normalbereich bei Rayman. Und auch die ersten 300 Meter, na gut, das sind dieses Mal echt mehr, sollten eigentlich kein Problem sein für euch. Das heißt ihr seht hier einfach wieder Ringe rüber und ich stelle mich dieses Mal echt dämlich an, stelle ich fest. Also gerade nachher mache ich einige Fehler, aber komme trotzdem in den Goldbereich rein. Aber das ist hier kein großes Ding. So, hier bei 300 Meter gibt es eine kurze Pause. Können wir kurz hier ein paar Lohn sammeln und dann geht es auch schon weiter. Hier Kugel abschneiden. Hier genau unter der ersten Spitze reißen wir das Seil durch und können damit direkt weiter durch springen. Hier weiter springen über die Seile, abreißen und einfach immer aktivieren. Gleich wieder aufpassen. Hier nicht abschneiden, hier abschneiden, hier wieder nicht abschneiden. Da habe ich sehen, dass einige daran versagt haben. Also gerade im Anfängerbereich noch. So, hier lassen wir uns rüber tragen. Jetzt Schlag, Sprung, Schlag, Sprung, Schlag, Sprung und aufpassen, dass man nicht über die Seile springt. Drüber. Hier hoch, hier wie wild die gelbe Tasche drücken, damit einfach im ersten Moment dann gleich alles nach oben gesetzt wird. Die kommen auch nicht wieder zurück. Da braucht ihr keine Angst haben. Drüber. Und schon haben wir fast die ersten 1000 Meter durch geschafft. So, hier mache ich einen direkten Sprung. Spart ein bisschen Zeit. Hochsetzen und rüber. nochmal das gleiche. Hier wieder wie gelb. Drüber springen. Drauf. Einmal runter setzen. Auch hier hoch. Hoch. Ihnen auch nochmal hoch. Und einmal drüber. Zack. Ansetzen. Und hier war ich jetzt so blöd. Ihr habt es gesehen. So, schlagen. Jetzt hoffe ich wieder, dass ich wieder ins Spiel reinkomme. Hier wieder abreißen. Ring. Drüber. Hier wieder direkt hoch. An. Diesmal mache ich es ein bisschen intelligenter. Geh hoch. Drüber. Überseilen. Und vergesst hier den Teil schnell genug rüber zu machen. Also ihr seid, heute ist die Gold Einfach Challenge recht einfach. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt diese in die Comments. Und ich würde mich über ein Like freuen. Bis morgen.